Lalalalalalalala Okay, meine lieben Freunde Ja, hallo, liebe Livestream-Freunde Ich bin Satenshi und wir spielen heute einen Livestream, ja, heute Samstag, 18 Uhr auf Twitch und, ähm, ja, was würde ich gerne spielen? Heute sieht's ein bisschen komisch aus mit dem Spielen Einige wird's wahrscheinlich nicht gefallen, also ich würde gerne so zwei, drei Runden Heroes of the Storm spielen ähm, wenn das so hinhaut wenn Kumpels Zeit haben wenn nicht, dann nicht Ansonsten würde ich gerne und das wird wahrscheinlich einige noch weniger freuen Robocraft spielen Einfach so als Entschädigung, weil die letzten zwei Tage also heute und gestern kam keine Robocraft-Folge raus, weil ich einfach ich hab gestern für den Gammeltag gemacht und hab einfach keinen Bock gehabt, irgendwas aufzunehmen und deswegen so als Entschuldigung kann ich ja mal Robocraft spielen Lustigerweise sind auch heute ein Update rausgekommen oder war das gestern, weiß ich gar nicht, wo es die neuen Mega-Plasma-Guns gibt Ja, mal schauen, wie das sich dann im Spiel so auswirkt So, was wir sonst noch spielen, müssen wir mal gucken Ähm, ja Mal schauen, irgendwas wird uns da immer einfallen Gut, dann Ach ja, genau, noch eine Frage Eigentlich hab ich ja gar nicht vorgehabt, immer immer jedes Mal eine Ankündigung zu machen Jedes Mal ein Video zur Ankündigung ist vielleicht ein bisschen übertrieben wenn ich denn, wenn ich eigentlich immer versuche jeden Samstag 18 Uhr zu streamen Ich könnte höchstens, werde ich jetzt Also ich würde gerne mal von euch wissen Schreibt's mir mal in den Kommentaren Wem von euch hat's denn geholfen? Also wer von euch ähm, hat denn jetzt quasi herausgefunden Ah, der streamt heute Ja, also wem hab ich damit erinnert? Schreibt's mal in den Kommentaren Ihr könnt aber auch schreiben, ähm Ob's euch nicht daran erinnert hat Ob ihr's schon wusstet, dass heute 18 Uhr Weil Samstag 18 Uhr ist meistens so mein, mein Stream-Zeit Ähm, wenn ich, wenn ich mal nicht kann dann, äh, kündige ich das auch an wenn ich nicht streame Beziehungsweise Möchte ich nämlich dann immer später Würde ich gerne diese Ankündigung nur machen wenn ich vielleicht was Neues spiele Wenn ich zum Beispiel sage Kommt Leute, ich möchte heute, ähm Ja, keine Ahnung Wie, das letzte Mal, als ich War Thunder mal gespielt hab oder so Damit ich, damit ihr euch drauf vorbereiten könnt und vielleicht den Client euch runterladen könnt zum Mitspielen Sowas würde ich dann eher ankündigen Ähm, ansonsten Würde ich's schon irgendwann gerne mal sein lassen immer zu sagen Samstag, ich mach das jetzt schon ein paar Wochen Ähm, sollte ja mit dem einen oder anderen schon angekommen sein Allerdings gibt's ja auch mal neue Zuschauer Also dementsprechend Schreibt's mir mal in den Kommentaren Ob ich's vielleicht weiterhin einfach jedes Mal ankündigen soll oder nicht Ich mein, so viel Arbeit ist es ja nicht jetzt das immer aufzunehmen Aber, ja Es ist einfach nur so immer so ein extra Video auf dem Kanal das irgendwie total sinnlos ist Wäre ein bisschen sinnlos Dementsprechend sagt mir ob das Video einen Sinn macht für euch oder eher nicht Gut, dann würde ich sagen Ich war Tenji und wir sehen uns heute Abend beim Streaming Bis dann Tschüssi Bis dann Bis zum nächsten Mal.